So, Hallöchen, ich werde jetzt hier StarCraft zocken mit einem Kumpel von mir und er weiß nicht, dass ich aufnehme und ich habe das komplett spontan gemacht, denn ich wollte eigentlich das nur zum Test benutzen, aber es hat sich herausgestellt, dass es halt ziemlich gut ist. Ja und deswegen habe ich auch keinen richtigen Einstieg, kein gar nichts und deswegen habe ich jetzt das hier und jetzt beginnt auch schon das Video. Nicht nur, ich weiß das, ja. Und es wird auf der Spiel. Fällt das jetzt erst auf, aber man, ach scheiß drauf, spielt die Staaten. Aber man sieht, wenn man Klaus Gladiators, das Immobil-Intro-Teil da hat, oder jetzt. Im Ladescreen sieht man ja diesen Terraner, den Rainer und diesen Hydralist. Und da drum sieht man ja die ganze Arena. Ist mir gar nicht aufgefallen. Beginner, oder? Okay, dann wollen wir mal starten, ne? Nee, Challenge. Hallo? Ich bin Rang 9 und Level 90. Hallo? Da. Hallo? Da. Hallo? 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 Willkommen zu mir, Böse? Ist der tot? Ach, da oben ist der. Oh Gott! Werde ich grad angerufen? Oh Gott! Hilf mir! Bro! Okay. Oh, oh ja, jetzt hau richtig rein, ist hinter mir, gib dem richtig, gib dem richtig Boah, Double Damage Okay, easy Okay, ähm, neue Schuhe, wo haben wir die, da, ja Mein Schwächstes war jetzt 2 oder so Oh Gott, nein Mein Schwächstes ist Level 11 Nein Ja doch, früher war da richtig oft Jetzt gleich macht er so eine Attacke, wo du ja stehenbleiben musst oder so Aua, 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 aua Den kenn ich gar nicht Da, jetzt musst du stehenbleiben Ne, 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 bei dem musst du dich bewegen oder so Oh, Vision, cool Aua, 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 aua Aua Ja, vor allem an mir Voller Loch Ja, aber guck dir mein Makro an, Alter, das Rechtsklick und Linksklick ist Der macht ja kein Damage Mach dir mal mehr Schaden Oh nein Aua Ich mach nur 54 Und einmal in 100 Teile Ja, okay, war easy Ich will auch wieder so ein hohes Level haben Keine Ahnung, wo das vielleicht resettet oder Ah ne, das war noch als ich die Demo hatte Da hatte ich, da haben wir das so krass gesuchtet Wieso hast du eigentlich keins Der Stinky Nein Ja, okay Oh, da muss man ja auch achten Nein, warum der? Du machst die Kleine kaputt Oh, oh, da kommen viele Hey, cool, wo ich stehe, da Ich sehe nichts Ah, hier oben ist Heilung Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott Guck aber mal, ob du irgendwo irgendwo Ich stehe nur mitten deiner Schusslinie Ich wollte den Doppel, der Mensch, Mama Da war Doppel Damage Oben drüber ist auch Heilung, ne? Ich wollte den Doppel Damage Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir den Sieg haben, oder? Da ist noch mal einer Ich schätze die Heilung hier Ja, hab ich auch Da, wenn wir uns ja erstmal hoher kommen Ja Nein, nein, ich meine mit dem Boss Sieben Damit wir stärkere Sachen kriegen Ah, der ist auch ekelhaft Du musst du ja, komm Der ist ekelhaft Ich war schon noch 30 Und auch wieder so viele kleine Krug Vorsicht, dass nicht eingemaut werden Der macht das gleich Komm, du musst dir mit ein paar geben Kommt raus, komm Oh Gott Oh Gott Ich hab nur, dass wir nicht bleiben Ja, das können wirklich vom Vorteil sein Na, kleiner Na Geil, Vision ist hier am wichtigsten In was Textur, oder? Wie meinst du das? Früher ging der weg Haben die den neu gemacht, oder vertue ich mich da? Weil der ganze Weg verändert sich nicht mehr Ja, aber so schnell, weil er glaube ich noch nicht Fuck Doch da, der Weg verändert sich, guck Der haut wieder ab Ja, schneller werden die ja immer Oh, oh Hier ist Ende Im Gelände Renn nach oben, oder so Oh nein Oh nein, ich bin raus Renn nach oben hinweg Oh nein Oh, kacke Ja, natürlich Continue, komm, alter Scheiß Achso die Na dann komm, dann wollen wir Komm direkt zu mir Ja, 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 ja Hier ist Ah Zweimal, okay, dann nehme ich das andere Wie netter Ihhihihi Run, boy, run Run, 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 run Ich hab' ich bis jetzt noch nicht einmal gewählt Bewege jeder gerade um die Feuer Die kann mich nicht erwischen Ja Okay, schon wieder, ey, ich krieg nur schuhe Leben Da, die sind trotzdem Ja Ja Ich weiß noch einmal, als wir das nicht getan haben Das soll total unser, äh, Ende Die Eier immer kaputt machen Das wischen Soll ich das nehmen und ich mach' dann die Eier kaputt? Ja Aua Ja, es ist wesentlich einfacher Oh nein, meine Vision ist weg Hau drauf Ich glaub, so mit fünf Spielern ist das Sehr gut Double Damage ist unten Okay, ich hör' mir das Oh Gott, oh Gott, oh Gott Haa Von oben kommt gleich ein Ei, da komm' ich nicht mehr hin Die Eier müssen sofort ausgeschaltet werden Ich such' mal ganz schnell nach welchen Äh, oben ist Leben Was So Hä Wie Oh Gott Ähm, sammeln mal hier Leben ein Mathis Nein, lauf einfach zu dem Leben Oh Ach ja, stimmt Wir müssen ja nur die Eier kaputt machen Auf die sie gerade zugeht Oh Gott Oh Gott, wie spinnen Ich muss immer gucken, auf welche Eier die drauf zugeht Oh Oh Jawoll Ich hau dir jetzt einfach platt Äh, Dragon Leg Armor Ah, gut Niemals Was Ich hab' konstant Der schlechteste Anrüstung war zwölf Ah Warte, warte Oh shit Oh shit Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme nicht Der leckt, aber Oh Gott Der leckt Der leckt Ja Ja Warte, hast du da Nimmst du da Nimmst du auf? Wie, du nimmst du auf? Ja, immer Einfach Oh Gott Was ist denn da los? Warum leckt denn der so hässlich? Ich hab das halt die Einbrüche Für den am Rand Ich weiß, wie wir den gemacht hatten damals Äh, du bremst das Spiel irgendwie Du musst immer warten, bis da steht Overtime oder so Ne, over Steht da jetzt nicht mehr Ja Irgendwas Merkst Boah, wenn du merkst, er bleibt stehen Warum leckt das denn so scheiße? Die Engine ist von dem richtig kaputt Ah, Enrage, Enrage Genau so heißt das Gib dem, Mathis Gib dem Boah, wir müssen den Boss schneller hinkriegen Boah, das ist ja überhaupt nicht gut für die Aufnahme Komm schon, der muss schneller Fertig gemacht werden Oh, was ein Wechsel Komm Komm Geht doch Oh Ähnlich ist das Das sind die Lecks Weg Leviathan Head Armor Boah Guck mal, ich bin jetzt schon Level 42 Das einzige, was ich nicht habe, ist eine Waffe Mein schlecht ist das 12 Und zwar die Brust Am besten sind die Handschuhe mit 16 Okay Bei dem sind auch komische Einbrüche Was Ach der Oh, der ist bei mir Warte, sag wo, wenn du einen siehst Oder sowas ähnliches Ja, der ist bei mir Aber ist denn bei dem los hier? Ey, das geht ja gar nicht klar Aua Bei mir hier oben Oben links Wo ist der? Oh nein, Speed ist ekelhaft Renn Was leckt das denn hier so rum wie Sau? Oh, der ist richtig doof Das ist ekelhaft Bist du fett oder was? Ja, ich bin tot Wegen dieser scheiß Kugel Und du kommst da nicht mehr durch Aua Ja, ich hatte so lecks Ich konnte mich nicht mehr bewegen Oh, Gott Jetzt, so Jetzt hoffe ich aber mal Jetzt kommt ein Boss Der nicht wieder leckt Ey Komm, scheiß drauf Töte dich Wenn das wieder so einer Antinio Ne, ich muss an den Äh Nichts was rumschrauben Einstellungen Lol So Vielen Dank.